Relativ wenige haben auf dem Schirm, dass Japan mittlerweile die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und wir schauen uns deswegen heute mal an, ob Japan als Beimischung für dein Depot Sinn machen könnte. Und zwar mithilfe des Aisha Score MSCI Japan ETF. Der bildet so einen Querschnitt durch Japan an, sowohl für Small-, Mid- als auch Large-Cap-Unternehmen und bildet dadurch auch den MSCI Japan Investable Market Index nach. Also alles, wo investiert werden kann in Japan, wird dort mit abgebildet. Zur Performance, können wir sagen, über das letzte Jahr haben wir knapp 24% Rendite erwirtschaftet. Über drei Jahre sind wir bei knapp 18%. Über die letzten fünf Jahre sind wir bei 46% und seit der Auflage sind wir bei 154%. In allen Zeiträumen hat es der MSCI Japan nicht geschafft, den MSCI World outzuperformen und das sogar deutlich, also mal als Beispiel 153% oder 154% seit Auflage. Der MSCI World hat im gleichen Zeitraum 326% gemacht. Das, woran es liegt, schauen wir uns das nochmal genauer an. Aber wenn du auch Einblicke mal in andere Depots haben willst, also generell mal ein paar Vergleichswerte haben möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram oder at Finanzen mit Fuchs. Dort kannst du mir auch jederzeit deine Fragen stellen und bekommst natürlich auch eine Antwort von mir dazu. Dann schauen wir uns mal die Branchen des ETFs an. Und dort haben wir ganz vorne dabei, oder haben wir eine kleine Überraschung, die Industriebranche mit 22%, gefolgt von den zyklischen Konsumgütern 18,3%, IT mit nur 13,5%, Gesundheitsversorgung mit 19% und Finanzen mit 8,2%. Im Gegensatz zu dem MSCI World oder generell zu den US-lastigen Indizes, wo IT und Finanzen ganz vorne dabei sind, sind die halt eher ein bisschen weniger gewichtet, was natürlich Vor- und Nachteile haben kann. Gerade der Finanzsektor zum Beispiel, der ist natürlich sehr krisenanfällig. Der IT-Sektor hingegen ist ja aber der Sektor, der aktuell die komplette Wirtschaftsleistung der USA nach vorne trägt. Also diese ganzen Big-Tech-Unternehmen, die sind natürlich Leistungsträger und natürlich auch Kursträger, was hier natürlich weniger der Fall ist. Länderverteilung ist, denke ich, klar. Japan ist dort vollkommen vertreten. Und bei den Positionen spiegelt sich das auch wieder. Da sind ein paar dabei, die man wahrscheinlich schon kennt und ein paar eher unbekannte. Gerade Toyota ist ganz vorn mit dabei mit 3,8% Gewichtung. Das ist auch im MSCI Value Factor ETF mit dabei. Und Toyota ist deswegen erstmal ein grundlegend solides Unternehmen. Es ist ein Value-Unternehmen. Und es ist mittlerweile nach VW der weltgrößte Autohersteller mit 9,5 Millionen Autos in 2020. Und 522 Tochterunternehmen und knapp 370.000 Mitarbeitern. Also echt eine ordentliche Ansage. Also ein riesengroßes Unternehmen, was dort dahinter steht oder mit vielen Sub-Unternehmen auch. Platz 2 ist Sony. Ja, die haben mal den Walkman entwickelt und dort durchgebracht. Die waren auch maßgeblich an der Entwicklung der CD beteiligt. Das heißt aber nicht, dass das alles veraltet ist, was die haben oder was das Unternehmen angeht. Sondern die haben natürlich auch noch die Rechte der Playstation, geben die Playstation heraus, die weltweit am meisten verkaufte Konsole. Und mit Sony Music und Sony Pictures sind sie auch noch in der Musik- und Filmbranche sehr weit vorne mit dabei. Also letztes Jahr war das zum Beispiel sehr in den Schlagzeilen, dass die gerade Marvel's Spider-Man quasi die Rechte davon wieder von Disney abgekauft haben. Also da gab es auch so ein kleines hin und her. Die haben dort auf jeden Fall auch noch viel Potenzial. Keons ist Platz 3 mit knapp 2% und ist ein weltweiter Anbieter für Automatisierungssysteme. Und wenn man sich den Chart von diesem Unternehmen anguckt über die letzten Jahre oder über einen langen Zeitraum, dann sieht man, dass der relativ schmal angestiegen ist oder relativ schwach angestiegen ist. Und erst in den letzten Jahren, als die Automatisierung immer wichtiger wurde, hat die Firma einfach einen unglaublich starken Anstieg erfahren. Und das kann ja zum Beispiel auch für die Zukunft immer relevanter werden. Gerade für Automatisierungssysteme wird der Bedarf natürlich immer größer, weil immer mehr Prozesse automatisiert werden. Das vierte Thema ist die Softbank mit auch knapp 2%, 1,8%. Ist eine Holdingfirma, vor allen Dingen mit Investments im Bereich Technologie. Und ist mittlerweile das Unternehmen, was in der Geschichte von Japan den meisten Gewinn erzielt hat, mit 37,8 Milliarden Euro umgerechnet. Also auch schon mal ein sehr starker Player dort vorne mit dabei. Ansonsten Mitsubishi kennt, denke ich, auch jeder. Nintendo ist, denke ich, auch noch vielen Leuten bekannt. Und gerade diese aus Japan oder in Japan ist ja diese Videospieleindustrie sehr weit vorne mit dabei. Deswegen wundert es nicht, dass Nintendo mit seiner eigenen Konsole, dass Sony mit seiner eigenen Konsole dort als weltweite Player auch aktiv sind. Grundsätzlich kann man aber sagen, es hat eine grundlegend andere Ausrichtung als die USA und deswegen wahrscheinlich auch die Underperformance, weil hier halt nicht diese Big-Tech-Unternehmen ganz vorne mit dabei sind oder überhaupt eine große Rolle spielen. Die kommen nämlich alle aus den USA. Das kann sowohl einen Vorteil haben für die Zukunft als auch natürlich einen Nachteil, weil in den letzten Jahren haben sie halt dadurch eine Underperformance hingelegt. Der Fonds wurde zeitgleich mit dem MSCI World aufgelegt am 25.09.2009. Ist also auch schon ein paar Jahre am Markt. 0,15% Gesamtkostenquote, Total Expense Ratio, also eine sehr gute Gesamtkostenquote. Die Replikation ist physisch und optimiert. Das heißt, die Aktien, die in dem Referenzindex sind, also alle Aktien aus Japan, Small, Mid und Large Caps, die werden dort auch wirklich physisch gekauft. Also sind dort wirklich in dem Portfolio unterlegt. Die Gewinnverwendung ist hier saurierend, also eventuelle Dividenden werden automatisch wieder angelegt und können die Zinses-Zinseffekte weiter unterstützen. Währungen sind US-Dollar, Volumen sind mittlerweile 4,7 Milliarden US-Dollar, also auch hier schon ein sehr starkes Volumen. Trotzdem natürlich MSCI World, um mal ein Gefühl zu kriegen, der ist mittlerweile so ungefähr um die 40 Milliarden US-Dollar, also fast das Zehnfache davon ist natürlich noch ein ganzes Stück stärker vertreten. Was mich überreicht hat, tatsächlich sind die Positionen, 1200 Stück, ist natürlich eine sehr gute Diversifikation auf der einen Seite, weil es sehr viele Unternehmen sind, weil halt auch der komplette Markt abgedeckt wird. Also das ist nicht wie in Deutschland, wo es den DAX gibt, den MDAX und den SDAX und den TechDAX und Sonstiges, Sondern alle Small-, Mid- und Large-Caps werden in einem Index geführt und dadurch sind es natürlich auch sehr viele Unternehmen, die dort vertreten sind. Gute Diversifikation bezieht sich dabei aber natürlich nur auf die Anzahl der Unternehmen und nicht auf das Land, weil es ist natürlich alles in Japan trotzdem angelehnt. Alternative ETFs können zum Beispiel der Fuzi Japan sein, der Nikkei ETF oder Nikkei ETFs generell. Ansonsten gibt es generell noch elf ETFs auf den MSCI Japan an sich und es gibt natürlich auch nachhaltige ETFs auf den japanischen Bereich. Kann zum Beispiel auch Sinn machen, bei dem MSCI Word den SRI ETF zu wählen, macht meiner Meinung nach weniger Sinn, weil man dann maßgeblich auf diese Diversifikations verzichtet. Aber in Japan kann man sich dann halt wirklich, da das ja nur eine Beimischung im Depot ist und nicht die Grundlage, kann man sich wirklich auf diese nachhaltigen ETFs konzentrieren und sagen, okay, wir nehmen den Japan ESG oder SRI ETF, der dort gegebenenfalls angeboten wird und statt in 1200 Positionen nur 300 oder 400 hat zum Beispiel. Zu den Brokern, da es wieder ein Eishas ETF ist, ist ja auch bei sehr vielen Brokern verfügbar, also bei Scalable Capital, Trade Republic, Comdirect, Consus Bank, DKB und hier macht es wahrscheinlich Sinn, einfach mal auf zwei Depots zu switchen und zu schauen, dass man ein Hauptdepot hat, in dem wirklich die langfristige Strategie steht und die langfristige Strategie auch durchgezogen wird und dann mit 5 oder 10 Prozent vom Vermögen vielleicht noch ein kleines Spieldepot einrichtet, wo man sich in solchen Bereichen wie zum Beispiel einem Japan ETF oder bestimmten Branchen ETFs ausprobieren kann und die dann gegebenenfalls in das solide Depot übernehmen kann. Das solide Depot würde ich dann wahrscheinlich auch bei einer großen Bank aufmachen, also bei einer Consus Bank zum Beispiel, bei einer Comdirect oder ähnliches und das Spielerdepot bei einem Broker, wo man relativ flexibel ist, wo man relativ wenig Kosten hat, wie zum Beispiel bei Trade Republic und Scalable Capital. Wenn du den Kanal übrigens und das kostenlose Wissen hier gerne unterstützen willst, dann kannst du auch deine Depots unten in der Videobeschreibung über die Links eröffnen, damit ich meine Arbeit hier genauso weitermachen kann, wie ich es aktuell auch mache. Um das Ganze mal zusammenzufassen, es gibt generell deutlich weniger Rendite als in einem MSCI World, wenn man sich für den Japan ETF in den vergangenen Jahren entschieden hat, was natürlich durch diese IT-Branche, die relativ wenig vertreten ist in Japan, ja maßgeblich beeinflusst wurde. Finde ich übrigens sehr interessant, also eigentlich hätte ich immer gedacht, in Japan da sind so Haushaltsroboter, die dort eingesetzt werden, deswegen muss auch die IT-Branche irgendwie weit mit vorn dabei sein, ist das Gegenteil der Fall, also der Eindruck kann anscheinend trügen, wenn man sich die Zahlen nochmal genauer anschaut, aber ist auch ein wichtiges Learning an der Stelle. Für die Zukunft kann das natürlich sowohl vor- und als auch Nachteil sein, wenn die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung genauso weitergeht, dann ist es wahrscheinlich eher ein Nachteil, weil die IT-Unternehmen halt untergewichtet sind, heißt aber ja natürlich nicht, dass die sich in Japan nicht auch noch stärker entwickeln können und dann neue Global Player an die Macht kommen oder nach vorn kommen. Auf der anderen Seite, wenn sich die Branchen nochmal maßgeblich verändern, neue Branchen sich entwickeln, dann kann es natürlich sein, dass die IT-Branche weniger relevant wird und dadurch auch Japan wieder ein Stück weiter nach vorne kommen kann. Also es ist eigentlich ein Stück weit antizyklisch zu sehen zu den USA, die ja die IT-Branche sehr hoch gewichten, wenn die mal schlechter performen, dann wird auch die USA schlechter performen und bei Japan ist es halt genau andersrum, wenn die IT-Branche dann mal ein bisschen schlechter performen wird oder schlechter performt, dann ist natürlich Japan auch stärker mit dabei. Ansonsten eine gute Steuerung mit 1200 Unternehmen, allein in Japan. Der MSCI World an sich, der hat ja auch nur 1600 Unternehmen, also wirklich von der Unternehmensanzahl sehr gut. Außerdem auch von der Unternehmensbandbreite her sehr gut, weil ja sowohl Small und Mid- als auch Large Caps abgebildet werden, bedeutet einfach, dass man halt die komplette Wirtschaft abbildet und nicht nur diese riesigen Unternehmen und auch schon Small Caps, die sich halt zu Large Caps entwickeln können, also kleine Firmen, die zu großen Firmen werden, die werden halt schon sehr zeitig mit abgegriffen, sind schon in dem ETF drin und diese starke Kursentwicklung, die sich diese Entwicklung von Small zu Large Cap mit sich bringt, die kann man natürlich dadurch auch mit abgreifen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen krisenangefälliger, weil halt diese kleineren Unternehmen auch in Krisen schlechter performen und tendenziell eher stärker von der Krise betroffen sind. Ja, für Investoren, die sehr an Japan glauben, sage ich einfach mal, die halt Japan ein bisschen übergewichten wollen und den USA halt ein bisschen weniger Gewicht zusprechen wollen, kann das auf jeden Fall ein sehr interessanter ETF sein und ja, dient halt eher als Beimischung als als alleiniger Fokus. Genauso ist es auch im Depot einiger meiner Mandanten, dort haben wir uns auch darüber unterhalten, dass die USA weniger Fokus verdienen soll für diese speziellen Depots, dass Japan mehr in den Fokus gerückt werden soll, dass das halt als eine gute Beimischung gesehen wird und dadurch, ja, haben wir das mit aufgenommen. Man sagt ja auch beim Investieren, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. In dem Sinne ist das dann quasi der amerikanische Korb, in den alle Eier gelegt werden. Das ist vielleicht nicht das Beste, deswegen lieber einen weltweiten Korb und dann Japan, China, Emerging Markets auch mit auf den Schirm nehmen. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Wenn du das interessant fandest, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere auch gerne den Kanal, wenn du zukünftige Videos nicht verpassen willst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.